Dr. Dre steht erneut wegen schwerer Vorwürfe in den Schlagzeilen. Der bekannte Rapper und Produzent soll seinen ehemaligen Eheberater bedroht haben. Dr. Charles Sophie erhebt schwere Anschuldigungen gegen Dr. Dre. Laut Gerichtsdokumenten, die TMZ vorliegen, wurde Sophie belästigt. Dr. Dre soll ihm bedrohliche Textnachrichten geschickt haben. In diesen soll er ihn als Schlampe und Stück Scheiße beleidigt haben. Außerdem schickte er angeblich Männer zu Sophie, die sich als FBI-Agenten ausgaben. Die Vorfälle sollen im Februar 2023 begonnen haben. Dies ist 14 Monate nach der finalen Scheidung von Dr. Dre und Nicole. Dr. Dre wirft dem Psychiater vor, eine Schmutzkampagne gegen ihn zu führen. Dr. Sophie bestreitet diese Vorwürfe entschieden. Er fordert 9,1 Millionen Euro und eine Unterlassungsverfügung. Diese soll Dr. Dre verpflichten, mindestens 100 Meter Abstand zu halten. Dr. Dre's Anwalt Howard King hält die Klage für einen Verzögerungsversuch. Er erklärt, dass Dr. Dre 2023 eine Beschwerde gegen Sophie eingereicht hat. Diese sollte zur Entziehung von Sophies Lizenz führen. Dr. Dre und Nicole waren 24 Jahre verheiratet und haben zwei Kinder. Die Scheidung verlief öffentlich und war von Vermögensstreit geprägt. Während der Trennung erlitt Dr. Dre ein Hirnaneurysma, von dem er sich erholte. Dr. Sophie war als Eheberater des Paares tätig und fungierte als Mediator. Dr. Dre. Dr. Dre. Herrweiss weole. Dr. Dre. Dr. Joey. Dr. Sie cashen. Vielen Dank.